Ein idyllischer Ort, irgendwo in den Bergen Italiens. In diesem sehr feuchten Klima sollen wir einen Dinosaurierpark errichten. Und in der letzten Folge haben wir ein Gehege mit einer Rafting-Tour für den Dino Kairos gebaut. Diese haben auch wieder ganz tolle Namensvorschläge von euch in den Kommentaren bekommen. Vielen, vielen lieben Dank an alle Kommentarschreiber. In der heutigen Folge bauen wir ganze zwei Gehege, und zwar für zwei prähistorische Amphibien. Und jetzt starten wir auch schon in die vierte Folge von unserem Park, Primal Wetlands. Wir beginnen erstmal mit der Planung von unserem neuen Bereich, das heißt wir zeichnen die Wege ein. Geplant für diesen gesamten Bereich, also diesen prähistorischen Amphibienbereich, sind insgesamt vier Gehege. In der heutigen Folge werden wir zwei davon bauen, das heißt in der nächsten Folge werden wir dann die anderen zwei bauen. Welche Amphibien das sind, das könnt ihr euch sicherlich schon denken. Ich hatte euch nämlich mal in einem Video so ein Amphibien-Pack vorgestellt, was sehr, sehr cool ist und sehr, sehr passend für unseren Park ist. Und ich habe auch öfter in den Kommentaren gelesen, dass ich ja diese vier Amphibien hier im Park unterbringen könnte. Und das werde ich jetzt auch tun, weil ich das auch sehr passend finde. Das, was ich jetzt mit dem Weg einzeichne, wird tatsächlich auch schon das erste Gehege. Sieht auf den ersten Blick erstmal relativ klein aus, aber ihr müsst halt auch bedenken, dass diese Amphibien nicht so groß sind. Und dadurch müssen wir halt auch nicht so große Gehege bauen. Dabei stößt man allerdings schnell auf ein Problem, denn die Tools von dem Spiel sind nicht dafür gemacht, dass man halt so feine Arbeiten macht. Und deshalb trickse ich hier in dem Gehege auch schon so ein bisschen. Denn ich benutze hier ein Objekt, was halt so platzierbares Wasser ist. Das ist halt sozusagen nur optisch dann da. Also es sieht so optisch aus, als wäre dort Wasser, ist aber kein richtiges Wasser. Also die Tiere, die dort leben werden, die können dann davon nicht trinken. Aber das ist an sich ja auch nicht schlimm, weil ich spiele im Sandkastenmodus. Und im Sandkastenmodus kann man zum Beispiel die Einstellung machen, dass die Tiere nicht verdursten können. Und dann ist es halt gar nicht so wichtig, dass dort nicht richtiges Wasser drin ist. Dieses Zelt in der Mitte ist übrigens die Pachy Arena von Jurassic World. Ich weiß, die ist für so einen Amphibienbereich nicht unbedingt so passend. Aber ich fand das Gebäude halt sehr, sehr schön und interessant und wollte es unbedingt mal in meinem Park unterbringen. Vielleicht werde ich später auch noch eine Lösung finden, dass ich diesen Schriftzug, der vorne drauf steht, Pachy Arena, noch umändern kann. Mal gucken. Hier baue ich jetzt auch mal einen Höhenunterschied ein vom Weg. Das ist jetzt kein krasser Höhenunterschied, sondern nur so minimaler. Aber der macht trotzdem sehr, sehr viel aus. Und vor allem kommt da oben halt auch ein Bereich für die Besucher hin, von dem sie dann runter in das Gehege schauen können. Und dadurch haben sie halt eine sehr, sehr gute Übersicht. Auf der anderen Seite habe ich dann den Weg auch schon mal ein bisschen weitergeführt und geplant. Aber das ist tatsächlich schon der Bereich, den wir erst in der nächsten Folge bearbeiten werden. Vor dem Zelt habe ich auch nochmal so ein ganz kleines Stück mit der anderen Wegfarbe eingezeichnet. Und als nächstes springen wir jetzt wieder zurück zu dieser Erhöhung, denn dort fange ich jetzt an mit dem Bau von dieser Besucherplattform. Dafür habe ich mir hier so ein Objekt geschnappt, so einen Turm. Wenn man den umdreht, hat man halt eine sehr schöne Betonplattform, so eine viereckige. Und damit kann ich halt jetzt perfekt den Boden für die Besucherplattform bauen. Das Ganze bereite ich jetzt erstmal vor auf einem geraden Untergrund. Und dann bewege ich das alles an die richtige Stelle. Als nächstes schnappe ich mir so ein paar von diesen Holzbrücken. Und die drehe ich jetzt so, dass die so eine schöne Wand hier vorne bilden. Davon schnappe ich mir jetzt mehrere nebeneinander. Und führe das dann einmal komplett an dieser Betonmauer entlang. An den Ecken war jeweils immer so eine kleine Lücke. Die habe ich dann auch nochmal mit so einer weißen Säule überdeckt. Und damit die Besucher auch nicht reinfallen können in das Gehege, habe ich mir hier nochmal so ein schwarzes Objekt geschnappt. Das war glaube ich so ein Tor auch von dem Tyrannosaurus Rex Kingdom war das glaube ich. Und das kann man halt dann auch einfach so ein bisschen in den Boden versenken, dass es nur so ein kleines Stück rausguckt. Und dadurch haben wir dann ein schönes schwarzes Geländer. Danach kommen wir zu dem Zaunbau. Da baue ich mir auch meinen eigenen Zaun. Einmal aus so einem Standardzaun, den man halt durch Mods platzieren kann. Und dann diese Betonmauer. Den Zaun führe ich dann auch noch ein ganzes Stück weiter. So langsam kann man glaube ich auch schon ungefähr die Gehegeforma an. Auf der Seite von dem Wasser habe ich dann an der Ecke einmal das Land angehoben. Da kommt nämlich so ein kleiner Berg hin. Und dann auch eine natürliche Felswand als Barriere. Und allgemein mache ich hier jetzt auch noch ein bisschen mehr Terraforming. Hier wird das Ganze zum Beispiel noch ein bisschen näher geführt, das Wasser. Und dann auf der Seite hinter dem Gehege sozusagen kommt auch nochmal ein Berg hin. An der Stelle, wo jetzt kein Berg ist, da habe ich mal so eine Mauer schon mal in den Boden platziert. Und diese Mauer verbinde ich jetzt auch schon mal mit unserer Besucherplattform. Und jetzt haben wir auch schon unser gesamtes Gehege umzäunt. Aber natürlich fehlt hier auf der Betonmauer auch noch dieser andere Zaun. Die Lücke dazwischen schließe ich jetzt auch nochmal mit so einer Betonplattform. Und jetzt können wir hier das Terrain direkt bis an die Mauer absenken. Jetzt entsteht hier halt sowas wie so ein kleiner Staudamm. Das Wasser wird auch gleich noch direkt bis zu dieser Mauer gehen, wenn ich einmal speichere und lade. An der Stelle, wo der Weg so langsam nach oben geht, kommt auch nochmal eine Klippenwand hin. Die gestalte ich auch nochmal mit ein paar Felsen, die ich in den Boden versenke. Und damit die Amphibien dort auch nicht hoch können, kommt dort auch nochmal ein Sicherheitszaun hin. Den schnappe ich mir jetzt hier auch nochmal und packe den kurz auf die freie Fläche, denn ich will den nochmal ein bisschen schöner gestalten. Hier mit so einer weißen Mauer unten drunter. Und jetzt können wir den wieder zurück platzieren und auch in den Boden versenken. Denn die Sicht auf die Amphibien soll natürlich nicht beeinträchtigt werden, deswegen kommt der sehr, sehr niedrig. Die einzige Lücke, die wir jetzt hier noch haben zwischen den beiden Zäunen, die schließe ich jetzt mit Felsen. Und damit die Besucher auch hier über den Zaun gucken können, habe ich mal so ein Männchen platziert und den Zaun dementsprechend auch nochmal angepasst von der Höhe. An dem Wegesrand habe ich jetzt auch nochmal einen weiteren Zaun entlang geführt. Der ist für die Besucher, damit die dort nicht die Klippenwand herunterstürzen. Sieht immer ein bisschen seltsam aus hier mit dem Platzieren, aber das liegt einfach daran, dass die Einrastpunkte manchmal ein bisschen doof sind. Da muss man dann ein bisschen tricksen. Und damit war das erste Gehege auch schon komplett umzäunt. Jetzt springen wir direkt zu dem anderen Gehege und umzäunen das auch noch. Dafür schnappe ich mir erstmal hier wieder so eine Holzbrücke und versenke die sehr tief in den Boden, sodass nur noch so ein ganz kleines Stück Holz rausguckt. Und das platzieren wir jetzt einmal ringsum um das gesamte Gehege. Und das ist natürlich noch nicht hoch genug, deswegen kommt hier auch noch eine zweite Mauer. Keine Sorge, die wird nicht so hoch bleiben. Die versenken wir jetzt noch schön in den Boden, sodass man dort schön reingucken kann als Besucher in das Gehege. Und hier habe ich mir jetzt ein Jurassic Park Tor geschnappt und das auch in den Boden versenkt, sodass nur noch das Feuer oben rausguckt. Ich finde ja so Feuer, also so bewegendes Feuer und bewegendes Wasser immer sehr, sehr atmosphärisch und schön. Auf diese Seite hier kommen drei Bäume und hier an dem Rand entlang kommt auch nochmal so eine Erhöhung, wo sich die Besucher auch draufsetzen können. Dieses Objekt hatten wir ja schon häufiger mittlerweile in unserem Park verwendet, als Randmarkierung oder als Sitzbank. Und ich gestalte das hier auch ähnlich, wie wir es vorher auch schon gemacht haben, wieder mit diesen Bäumen. Und auch mit diesen Bannern, die leuchten ja auch so schön nachts. Ganz wichtig, in diesem Bereich durfte natürlich auch eine Toilette nicht fehlen. Deswegen habe ich hier auch nochmal ein bisschen so einen kleinen Bereich mit der anderen Wegfarbe eingezeichnet und dann dort auch direkt die Toilette platziert. Hier kommt jetzt auch nochmal ein bisschen Beleuchtung an den Wegesrand. Und auch eine kleine Holzmauer kommt hier noch hin. Die gestalten wir auch hier wieder ein bisschen schöner mit den Fackeln. Gibt es auch nochmal so ein paar kleinere Fackeln, einfach solche Säulen. Wenn man die im Boden versenkt, kann man halt auch nur das Feuer oben rausgucken. Und wir bauen jetzt auch noch was vor die Pachy Arena. Dafür baue ich jetzt erstmal so eine kleine Umrandung. Und dort kommt dann eine Pachy-Statue hin. Zwei Pachys, die gerade mit den Köpfen gegeneinander hauen. Die platziere ich hier auf so Felsen. Und drumherum kommen auch noch ein paar Blumen und so ein bisschen Grünzeug. Weil ich den Weg davor noch ein bisschen langweilig fand, habe ich mir hier nochmal so Springbrunnen geschnappt, die nur so ein ganz bisschen rausgucken lassen. Dadurch haben wir halt nochmal so Fontänen, die aus dem Boden schießen. Und das Ganze wird natürlich auch noch ein bisschen schöner gestaltet mit Büschen, Pelsen Und natürlich auch noch einigen Bäumen. Hier ist jetzt zum Beispiel auch mal ein ungeküppter Baum. Und jetzt habe ich mal ganz kurz auf Nacht gestellt, denn ich wollte das auch noch schön beleuchten. Und habe hier zum Beispiel auch die Pachy-Arena noch angestrahlt, wo man das gut lesen kann bei Nacht. Und wo ich jetzt gerade schon bei der Beleuchtung dabei war, habe ich hier im Wegesrand auch nochmal so ein paar kleine Lampen eingebaut. Und dann auch hier schon mal das Drumherum angefangen zu gestalten. Sieht immer komisch aus, wenn ich die Blumentöpfe so platziere, aber die kommen natürlich alle noch in den Boden versenkt und dann schaut nur noch das Grünzeug dort raus und die Felsen. Hier platziere ich jetzt auch nochmal ein Schild, was ich extra angepasst habe für diese Folge. Da sieht man nämlich die Spezies, die dort in das Gehege kommt. Hier könnt ihr es jetzt auch nochmal genauer sehen. So heißt übrigens auch der Bereich Paleozoic Swamp. Habe ich einfach von der Mod halt übernommen. Als nächstes kommen natürlich wieder Bäume, Büsche und so ein bisschen das Drumherum gestalten. Und hier kommen auch nochmal kleine Lampen hin. Immer in die Zwischenbereiche. Einfach damit es bei Nacht auch wunderschön beleuchtet wird. Außerdem kommen hier auch noch ein paar Bänke davor. Und hier auf die freie Fläche kommt ein Springbrunnen und dort drumherum ein paar Sitzmöglichkeiten für die Besucher. An das Gehege direkt kommt auch nochmal ein schönes Schild. Da kann man dann auch noch einige Infos von der Spezies nachlesen. Platihistrix. Hier vorne kommt auch nochmal eine kleine Holzmauer hin. Die wird selbstverständlich wieder an den Boden versenkt, dass sie nur so ein ganz kleines Stück rausguckt. Und auch dort kommt nochmal ein bisschen mehr Beleuchtung hin. Dahinter kommt nochmal so eine ganz kleine Hecke. Und auch nochmal eine Deko, die ich noch gar nicht verwendet hatte in meinen ganzen Parkbauprojekten. Das sind glaube ich solche Bambustäbe. Als nächstes führe ich jetzt auch diese Hecke, die ich da vorhin schon angefangen hatte, den kompletten Weg hier nochmal bis nach oben entlang. Und auch hier platze ich auch nochmal einiges an Beleuchtung an den Weg. Bei unserem zweiten Gehege platze ich natürlich auch nochmal ein Schild davor mit der Spezies, die da drin ist. Das ist der Ich-Tio-Steger. Und auch hier kommt nochmal ein von mir angepasstes Schild, passend zu der Spezies. Das kommt hier auf dieses Feldstück. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Jetzt schnappe ich mir hier ein ganz absurdes Gebäude. Das ist glaube ich so ein Aztekengebäude. Davon will ich aber nur die Treppe haben. Den Rest versenke ich im Boden. Denn hier bauen wir jetzt nochmal eine eigene Besuchergalerie. Aus Einzelteilen. Das hier sind sozusagen die verschiedenen Sitzhöhen. Die kommen dann direkt hier an die Treppe ran. Und auf der anderen Seite genauso. Für die Ränder benutze ich auch genau das gleiche Objekt. Allerdings ein bisschen anders rotiert. Und dann haben wir auf beiden Seiten einen schönen Abschluss. Und bei der Treppe kommt auch nochmal so ein kleines Betonstück davor. Als nächstes geht es natürlich an das Dach von der Besuchergalerie, falls es mal regnet. Das baue ich wieder aus diesen Holzbrücken. Und dort oben drauf kommen dann nochmal solche Betonstücke. Und dann das Dach bilden. Das war sehr viel Arbeit tatsächlich, da überall die richtige Rotation hinzukriegen. Aber zum Glück kann ich ja im Speed-Bild für euch das Ganze beschleunigen und auch vieles rausschneiden. Die kleine Lücke hier habe ich auch nochmal dicht gemacht. Und das Dach rüber kopiert bis zur anderen Seite. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch die Besucher, die dort sitzen. Die habe ich natürlich dort auch noch hin platziert. Einfach random auf die verschiedenen Höhen und dann immer so ein bisschen verteilt. Bei den Zwischenräumen, die halt noch nicht gestaltet waren, habe ich versucht die gleiche Optik beizubehalten. Also diese Beton-Holz-Optik. Und auf diese weißen Säulen kamen jetzt auch nochmal diese weißen Lampen. Fand ich sehr, sehr passend. Und auch unsere Fackeln. Hier habe ich auch nochmal an das Geländer platziert. Außerdem hier in dem freien Bereich nochmal weitere Sitzplätze, wo man sich einfach so hinsetzen kann. Und auch hier nochmal so ein kleines Infoschild, welche Spezies hier in dem Gehege ist. Damit das Ganze auch belebter wirkt, habe ich auch nochmal so ein paar Leute dort oben hin platziert. Und dann war die Besucherplattform soweit auch fertig. Und jetzt geht es endlich an die Gestaltung von dem Gehege an sich, also dem Innenbereich. Dort möchte ich jetzt erstmal einen eigenen Unterstand bauen. Für den Unterstand benutze ich diese Holzsäulen. Die habe ich jetzt erstmal so in den Boden versenkt. Das sieht erstmal seltsam aus. Aber das ist nur eine Orientierung für mich. Denn ich baue jetzt hier ein eigenes Dach aus diesen Holzschildern, die ich ja auch schon... Das sind diese Infoschilder quasi, die auch an dir vor dem Gehegen stehen. Die Säulen werden jetzt hier auch ein bisschen angehoben. Und dort kommt jetzt das Dach drauf. Das wird jetzt auch noch ein bisschen verbreitert. Ich weiß, das sieht jetzt erstmal echt komisch aus. Aber das wird jetzt gleich auch noch überdeckt werden. Dann sieht es nicht mehr ganz so komisch aus. Da kommen nämlich jetzt diese Algen drüber. Und ich finde, so geht es eigentlich. Jetzt versuche ich erstmal das Gehege ein bisschen feuchter zu machen. Dass so ein bisschen diese Sumpfoptik rüberkommt. Einfach mal so ein bisschen Wasser einpinseln und entfernen, dass so ein paar Pfützen überbleiben. Und jetzt kommen schon so ein paar Sumpfbäume dort rein. Die auch immer ein bisschen drehen, rotieren. Damit es nicht wie das gleiche Objekt wirkt. Und dann auch ein paar Büsche. Und auch hier in das Wasser ein paar Algen. Und auch solche Mangrovenbäume. Hier kommen jetzt auch schon mal ein paar lebende Fische ins Wasser. Die können dann die Amphibien fressen. Und hier diese Stelle, wo die Klippenwand ist. Da mache ich jetzt auch nochmal ein paar Felsen hin. Und auch ein paar Büsche. Wundert euch übrigens nicht, wenn mal ein Schnitt kommt und dann einiges an Landschaft mehr gestaltet ist. Weil ich habe halt immer viel drumherum auch so gestaltet und das nicht mit ins Video reingenommen. Sonst wäre das Video halt viel zu lang geworden. Hier kommen auch wieder noch einige Mangrovenbäume rein. Und auch einiges an Felsen. Ich habe da immer diese übermosten Felsen genommen. Die fand ich irgendwie mal am passendsten. Also die immer so ein bisschen grün oben haben. Und auch einige vertrocknete Äste und sowas habe ich rein platziert. Einfach, dass man ein paar Farbkontraste hat. Die Ränder dort, wo die Algen sind, die musste ich immer gut überdecken, weil die immer ein bisschen komisch aussahen. Deswegen habe ich hier einiges an kleinen Felsen gemacht und Büschen und sowas, um das halt ja nicht mehr sichtbar zu machen. Hier bei diesem Fluss, der dort reingeht, habe ich dann auch ab und zu mal diesen Felztunnel genommen. Die Felsen von dem sind zwar ein bisschen heller als die Felsen, die wir eigentlich verwenden. Allerdings kann man da halt mit weniger Objekten mehr Fläche abdecken. Hier auf der freien Fläche habe ich auch nochmal so einen kleinen Wasserbereich gemacht. Und dort kommt dann auch nochmal ein Springbrunnen rein. Einfach so eine kleine Wasserfontäne. Und um die Fontäne herum wieder so ein paar kleinere Felsen. Und hier habe ich dann jetzt auch nochmal diese helleren Felsen. Da seht ihr jetzt auch gerade ganz gut den Farbunterschied. Die habe ich aber dann nochmal vermixt mit den normalen Felsen, die wir sonst verwendet haben. Ich finde, dann ging das eigentlich. Und hier da ist drumherum natürlich auch wieder mit vielen Bäumen gestaltet. Und jetzt springen wir auch schon in das zweite Gehege. Hier kommt ja der Platyhystrix rein. Und für den wollte ich halt auch so einen kleinen Schlafunterstand bauen. Den baue ich aus diesen Häuschen hier. Die habe ich so ein bisschen ineinander platziert. Dadurch habe ich es halt hinbekommen, dass der Unterstand so ein bisschen erhöht ist. Und man die halt besser beobachten kann. Und damit die dort auch hochkommen, habe ich mir hier so zwei Sitzbänke geschnappt. Und die einfach angeschrägt. Die haben dann eine Rampe gebildet. Davon habe ich dann auch noch ein zweites Häuschen gebaut. Und damit es dort auch ein bisschen weicher und bequemer für den Platyhystrix ist, habe ich hier mir einige Dinosauriernester geschnappt. Und die dann auch einfach so in den Boden platziert, dass nur das Heu oder Stroh dort ein bisschen rausguckt. Und dadurch hatten sie dann auch eine schöne Polsterung. Dann habe ich schon mal einige Felsen rund um das Wasser platziert. Und hier kam dann auch mal ein wenig Schilf zum Einsatz. Das habe ich dann immer am Wasserrand platziert. Habe es auch immer relativ weit in den Boden versenkt, damit es nicht ganz so hoch ist, weil die Platyhystrix halt winzig sind. Ab und zu habe ich dann auch mal so ein paar Blumentöpfe im Boden versenkt. Einfach damit wir ein bisschen mehr Pflanzenvielfalt hier haben. Und ich habe auch versucht, das Gehege nicht zu verwuchert zu machen. Also immer nur an den Rändern so ein paar Bäume und Büsche. Und ansonsten relativ viele sandige oder erdige Laufwege, damit man die halt gut beobachten kann. Hier auf dieser Seite kommt natürlich auch noch mal ein bisschen Schilf rein. Und auch hier noch ein paar Blumen, damit man ein paar Farbakzente hat. Außerdem habe ich auch noch diesen coolen Bau eingebaut. Den gibt es nämlich auch als Objekt. Das ist halt so ein unterirdischer Bau von den Tierchen. Den fand ich halt sehr, sehr passend. Und den sieht man ja auch schon auf dem Plakat im Hintergrund. Ich glaube, hier sieht man das jetzt schon ganz gut, dass ich immer die Ränder schön freigelassen habe. Dann sind die Platihistrix halt so ein bisschen gezwungen, schön am Rand entlang zu laufen. Und dann können die Besucher die halt richtig vom Nahen beobachten. Das ist halt so ein bisschen der Gedanke dahinter. Hier auf dieser Seite habe ich auch noch mal einen zweiten Eingang in den Untergrundbau gemacht. Leider können die da halt natürlich nicht wirklich rein. Das ist halt nur Deko. Und in das Wasser habe ich noch mal so ein paar schöne beleuchtete Fontänen gemacht. In Bronzeoptik. Und dann war das Gehege auch schon soweit fertig. Jetzt musste aber noch ganz viel drum herum gestaltet werden. Als erstes habe ich mich an den Berg im Hintergrund gemacht. Da habe ich erst mal so ein paar Felsen im Boden versenkt, damit die Klippen noch ein bisschen realistischer aussehen. Dann habe ich auch noch ein paar Büsche eingezeichnet und eingepinselt. Und dazu auch noch ein paar Bäume platziert. Immer an den passenden Stellen, wo es halt ein bisschen grüner ist. Hinter dem Berg habe ich einen Wald eingezeichnet. Und ansonsten noch so das Drumherum alles ein bisschen gestaltet. Da habe ich jetzt allerdings nicht alles in das Video geschnitten, weil das sonst einfach viel zu lange gedauert hätte. Ich zeige euch das gleich einfach noch mal in Ruhe im Realtime-Part. Und jetzt kommen wir noch mal zu einem kurzen Realtime-Part. Ich bin mal eben kurz zum Eingang gegangen, weil ich euch gerne zeigen möchte, wo der neue Bereich sich befindet. Der geht nämlich hier links ab. Da ist der neue Bereich. Hier haben wir ja das letzte Gehege gebaut. Aber wenn man hier links abbiegt, dann kommt man in unseren Paleozoic Swamp. Da muss man halt hier über die Brücke. Dann hat man hier die Pachy Arena. Hier geht dann nächstes Mal der Bau weiter an der Seite. Aber hier links haben wir dann unser Platy-Histrix-Gehege. Und unser, den Namen vergessen, Ich-Tier-Steger-Gehege. Da kann man dann auch hier hochgehen. Hat immer einen schönen Überblick auf das Gehege. Und kann sich sogar hier oben auf die Besucherplattform stellen. Was ich im Video halt rausgeschnitten habe, ist hier das Ganze drumherum gestaltet. Also hier diese ganzen Klippen. Hier vorne das. Und dann, ja, hier hinterher habe ich noch einen Wald gemacht, den Berg gestaltet. Bis hier vorne. Das habe ich halt alles nicht so mit reingeschnitten. Und hier habe ich auch einiges nicht mit reingeschnitten, weil es halt sonst alles zu lange gedauert hätte. Aber eine Sache fehlt jetzt noch. Und zwar unsere Amphibien. Ich habe jetzt hier mal in dem Gehege fünf Platy-Histrix reingelassen. Wollen sich irgendwie gerade noch nicht bewegen, aber da muss ich mal gucken, woran das liegt. Kann natürlich sein, dass wegen irgendwelchen Objekten, unterirdisch oder so, die da ein bisschen blockiert sind. Das werde ich dann nochmal auf Video herausfinden. Aber für die könnt ihr auf jeden Fall tolle Namensverschläge in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück könnt ihr euch dann hier in meinem Park verewigen. Wir fliegen jetzt aber rüber zum anderen Gehege. Denn hier befinden sich unsere Ich-Tio-Steger. Insgesamt habe ich sieben Stück hier im Gehege freigelassen. Für die könnt ihr natürlich auch tolle Namensvorschläge reinschreiben. Und zwei Schlafmützen hier unter Stand. Die machen gerade ein Nickerchen. Also ich würde mich auf jeden Fall über tolle Namensvorschläge in den Kommentaren freuen. Und dann würde ich sagen, das soll es jetzt auch gewesen sein. Den Bereich hier haben wir heute gebaut. Falls es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Schreibt mir gerne einen netten Kommentar. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Monkey Paradise сы大家 ist heute überraschensor. parody Und ich sehe euch ein wenig zu dir. Kannst du euch rein. Ich sehe euch zwei Ind Bismarck, ein bisschen zu über jestjrauben. Ich sehe euch three. Bis zum fucken! S Cle rarely mit dem också. Canst du euch Ensignal. Und ich sehe euch das läuft. Ich sehe euch hier mal für die med weeen und dann zeige euch in die bist º Sec! Was 이거 generell? заяв photo päinnet. Untertitelung des ZDF, 2020